Musik Ihr seid Teil des Versuches, ob ein Open-Air funktioniert und ich habe das Gefühl, es funktioniert. Das freut mich total. Ich bin total froh, dass ihr alle da seid. Total schön. Das ist ein Kollektiv, was ich damals im Studium in Hildesheim gefunden habe. Mehrere Leute, fünf Leute waren wir damals. Wir wollten neben der Kurse, die dort stattfanden, freie Projekte machen. Wir können sagen, es ist alles 3D, CGI, Motion, whatever. Und darf dann auch hinter solchen Typen hinterherräumen, oder was? Für den bin ich doch nur eine dumme Putze. Mit mir kann man es ja machen. Ich bin total froh. Ich bin total froh. Ich bin total froh. Und ich bin total froh. Ich bin total froh. Jeden Tag sind wir morgens hoch, abends nur bin ich. Untertitelung. BR 2018